Hallo zu Leute heute. Nach der Krönung ist vor der Arbeit. In Großbritannien war gestern ja ein außerordentlicher Feiertag, sogar für das neue Königspaar Charles und Camilla. Heute hatten die beiden aber ihre ersten Termine als offiziell gekrönte Monarchen. Und wer noch nicht genug hat, um 20.15 Uhr gibt es im ZDF heute eine Doku mit dem Titel Endlich König. Schauspieler Hannes Jennecke setzt sich ja seit Jahren für den Umweltschutz ein und ist jetzt mit Meeresschildkröten auf Tuchfühlung gegangen. Außerdem ist der Schirmherr einer Regatta der Ocean Trophy. Dabei setzen Prominente die Segel, um für den Schutz der Meere zu werben. Female Empowerment, zwei Worte, die seit geraumer Zeit omnipräsent sind. Es geht darum, Frauen und Mädchen Chancengleichheit zu bieten, sie zu stärken und zu fördern. Rebecca Ferguson macht sich, seit sie mit der Schauspielerei angefangen hat, dafür stark und hat mit uns darüber gesprochen. Am Freitag heißt es wieder Vorhang auf für den Deutschen Filmpreis. Alexandra Maria Lara ist jetzt schon ganz aufgeregt, denn seit einem Jahr steht dieser Termin fest in ihrem Kalender. Sie gehört zur Führung der Filmakademie. Ein verantwortungsvoller Job, der ihr Spaß macht. Und ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind, 17.45 Uhr Leute heute. Bis dahin, tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020